Also gut, fang mal an. Ne, ein bisschen runter, ein bisschen Winkel, aber nicht zu viel. Steven King! Ah, Entschuldigung, Dennis. Shining. Was soll jetzt diese Scheiße hier? Ich bin jetzt gerade am Grill. Sie kennen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. You drove Steven King? Oh, nein, nein, nein. But you would like to drive. Yeah. Do you know Steven King? I went to school with Steven. Do you know Steven King? Sure do. Do you know Steven King? Do you know Steven King? I do know Steven. You can go in front of his mansion. Das kann doch nicht wahr sein. Hat irgendjemand versucht Kontakt mit ihm aufzunehmen? Ich meine, wir sind doch jetzt hier. Das ist ja wirklich vollkommen ein Schaden, oder? Nein. Hey, komm. Komm, ich winkel nochmal. Dennis. Ein erwachsener Mensch, der sich so verhält. Hey! Wir nehmen jetzt ein Taxi auf Produktionskosten zum Flughafen und ihr könnt mich alle mal am Arsch schlecken. Aber ansatzlos. Frau again. Ich habe ansatzlos. Ich hoffe, das ist schon war's. Okay. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen als hier. Ich hab's gewonnen als hier. Komm. Ich hab's gewonnen. Dann komm schon wieder ansatzlos. Dann komm schon wieder ansatzlos. Vielen Dank.